Hallo und herzlich willkommen liebe Fortnite Reckogy Weltfolge Hallo und herzlich willkommen liebe Fortnite Reckogy Weltfolge Wir gucken und natürlich wieder den Reckogy Weltshop Gucken wir und dann kurz wieder an Gucken wir und dann kurz die Events wieder an Was von die Events in Reckogy Welt gibt Das gucken wir uns alles in diesem Video an Einmal den Fortnite Reckogy Weltshop Gucken wir und die Events die es kurz halt gibt Und ich fange mal an Fangen wir mal an liebe Leute Los geht's So Das ist die Lama haben wir heute die Lama hier wieder Gucken wir mal die die Lama Und dann geht's los So fangen wir mal einen Shop an So fangen wir mal mit dem wechentlichen Shop an Liebe Freunde Im wechentlichen Shop haben wir wieder im öffentlichen shop das haben wir wieder in welchen den shop und das haben wir auch für einen wesentlichen job ist nicht begonnen das haben wir auch jede woche johnner Shank aber auch jede woche ins job auch jede woche das berund takich weil wir gegen überleben es wieder auch jede woche drin dann haben wir im eigentlichen job haben wir keygehen nach haben wir hier noch die Konkurren wieder können. Konkurren, die Becher, die Lach, die Finger davon, nicht kaufen. So, dann haben wir hier Gericht hier wieder können. Probe jede Woche. Dann haben wir die Fakai-Gergen wieder können. Dann haben wir die Pump-Fakai-Gergen wieder können. Wer noch keine gute Pamp-Fakai-Gergen hat, gehilft euch bei Gom-Türk-Fakai-Gergen, gehilft euch in eine Mission. Wer es noch nicht hat, auf alle Fälle kaufen. Ich habe es schon. So, dann haben wir die Waffe wieder zurück. Die Wünker-Waffe hier wieder. Die Pump wieder zurück. Wer die noch nicht hat, sollte ich die gönnen, weil ein Goner-Gergen verfündet die Waffe wieder. So, das war der wöchentliche Shop. Dann kommen wir hier zum Event-Shop. Der Event-Shop bleibt immer, bis ein neues Event kommt. Wir fangen mal unten an. Dann haben wir immer noch die Kodengeber-Gergen in den Event-Shop. Immer noch. Dann haben wir hier den Überleben, wenn wir ihn noch nicht hat, kann ihn kaufen. So. Dann haben wir natürlich immer noch die Geisterpiskole, also die Bugpiskole haben wir immer noch, gönne. Dann haben wir immer noch gegen Naka-Waffe hier immer noch, gönne. Dann haben wir immer noch Gris hier in den Event-Shop. Dann haben wir Gris noch in den Event-Shop. Dann haben wir gegen den Gacker hier immer noch in den Event-Shop, gönne. Dann haben wir gegen Naka-Waffe immer noch, gönne. Dann haben wir gegen Gewäuber immer noch, gönne. Dann haben wir hier Hochgang und Lagerverkloserung. Unmöglich sich kaufen, lohnt sich nicht. Dann haben wir gegen Zeugen & Gagger hier immer noch Gunger. Dann haben wir gegen Jünger Meisterschirme immer noch Gunger in die Bang Shop. Dann haben wir immer noch Kiege Dark American war in die Bang Shop. Dann haben wir Kiege... Kiege bar für immer noch in die Bang Shop Gunger. Dann haben wir Kiege Dark énorme Waffen immer noch in die Bang Shop. Dann haben wir immer noch gegen Eugard haben wir immer noch in die Bang Shop Gunger. Dann haben wir den Wolf immer noch in die Vanshop Dann haben wir noch den Garten hier immer noch in die Vanshopgänger Dann haben wir den Gacker immer noch in die Vanshop Dann haben wir die Konke Kölgang immer noch in die Vanshop Dann haben wir die Candy Corn immer noch in die Vanshopgänger Wo die Leute die die noch nicht haben Ich hab die Gagabäuche, die ich kaufen, ja ich kann ich keinen Ich hab die Gagabäuche, die ich kaufen, das war unnötig Ja ihr seht, ich hab die also Ich könnt die nochmal kaufen, wenn ich will, aber auch ich nicht So, dann haben wir hier neu die Woche dazu bekommen in die Vanshopgänger Gagabäuche Der ist neu die Woche in die Vanshopgänger zugekommen Der ist die Woche neu dazu gekommen Und ja, der ist die Woche neu in die Vanshopgänger zugekommen Ja, ich fahr mal gern gegen die Vanshopgänger und mit dem rechentlichen Shopgänger durch Jetzt gucken wir immer noch an, was von die Vanshopgänger immer noch gibt Und ich fahr mal gern los geht Die Vanshopgänger Dann haben wir immer noch das Guffen-Event, immer noch das Guffen-Event, vor die Leute die Bock auf haben Dann haben wir immer noch das Event hier, immer noch, immer noch verfügbar Dann haben wir Geister-Event hier haben wir immer noch Dann kommen wir gegen den Gacker-Gefalligkeiten Dann haben wir gegen das Giffen-Event hier immer noch, gegen das Bug-Event Bug-Event haben wir immer noch So, haben wir noch Geister-Event hier haben wir immer noch Geister-Event hier haben wir immer noch Auch noch begonnen nach mehr haben wir immer noch Und ja, das Beister-Event hier haben wir immer noch Hier kann man auch den Gacker im Feichhaken Geister-Event haben wir noch Geister-Event hier noch Geister-Event hier noch Geister-Event hier noch Geister-Event noch Geister-Event noch Und Geister-Event noch Und Geister-Event noch Und Geister-Event haben wir noch Geister-Event haben wir noch Geister-Event haben wir noch alle euch die event geschaltet die in der welt noch gibt und ich fahr mal gerne ein paar durch bis nächste woche wir gehen und nächste woche wieder wenn es wieder heißt fortnight rekke die welt shop video bis nächste woche liebe leute